Die Bullen haben heute drei Vorteile auf ihrer Seite. Der erste Vorteil heute ist Montag. Das ist grundsätzlich ein guter Tag für die Aktienmärkte. Früher war das mal genau andersrum, da war der Montag eher schwierig. Aber seit Präsident Trump damals ging es am Montag besonders gern nach oben, weil manchmal hatte der damalige US-Präsident keinen Tweet abgesetzt, der die Märkte durcheinandergewirbelt hat und dann war man am Montag sehr froh darüber und hat erstmal gekauft. Dann war vor dem November 2020 die Impfstoff-Hoffnung gerne an Montagen präsent, nachdem am Wochenende dann Zeitungsartikel waren oder ähnliche Dinge, die Hoffnung gemacht hatten, dass bald ein Impfstoff entwickelt ist. Und dann haben wir heute auch den dritten Punkt, der wichtig ist. Und das ist natürlich die Rede von Jerome Powell am Freitag in Jackson Hole, als er gesagt hat, ja mit dem Tapering, schauen wir da mal, wie wir das so machen. Und hinzu kommt heute natürlich noch dünnstes Handelsvolumen, auch gerne an Montagen. Und es gibt Statistiken, die ganz klar zeigen, dünnes Handelsvolumen ist meistens bullish, hohes Handelsvolumen ist meistens negativ. Ist auch klar, weil wenn irgendwie die Dinge so ruhig vor sich hin plätschern, dann hat keiner das Bedürfnis, irgendwas zu machen. Dagegen, wenn es heiß hergeht, dann sind eben die Leute auch verunsichert und verkaufen dementsprechend hohe Umsätze meist ein Anzeichen dafür, dass es nach unten geht. Aber natürlich nicht heute. Wir sehen den S&P 500 mit dem 53. Allzeithoch dieses Jahres. Wir sehen den Nasdaq mit einem neuen Allzeithoch getrieben, vor allem von starkem Zugewinn bei Apple, diesem Schwergewicht, aber auch Microsoft steigt, etc., etc. Während andere Indizes wie der Dow Jones und etwa der Russell 2000 praktisch nicht verändert sind. Das gilt auch für den DAX hierzulande. Also es ist vor allem Tech, das nach oben zieht. Es ist der Energiesektor, der nach oben zieht. Das sind die beiden Bereiche, die die Märkte hier heute stützen. Denn ansonsten ist es ein bisschen fad insgesamt, muss man sagen, wenig Nachrichten. Hier nochmal 2020 etwa hat der Nasdaq alleine 64% seiner Gewinne an Montagen erzielt. Gut, jetzt kann man sagen, Montag ist ein sehr, sehr guter Tag. Aber Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag sind auch nicht schlecht. Derzeit ist es ja so, dass die Notenbanken eben alles letztendlich in Liquidität ersäufen. Und wohin soll man dann? Das ist die Logik. Es gibt keine Alternative. Also kaufen wir heute oder wenn wir schon drin sind, dann bleiben wir heute sitzen. Dementsprechend die geringen Handelsvolumina. Wie gesagt, Montage eignen sich dafür hervorragend. Hier, das ist nicht nur das 53. Allzeithoch jetzt in diesem Jahr. Sondern wir haben Stand heute jetzt auch die Periode zwischen 1989 und 2000 überholt mit dem 328. Allzeithoch seit dem Jahr 2013. Zwischen 1989 und 2000, das war ja auch eine sehr bullische Zeit, gab es nur 327. Also ein Allzeithoch weniger. Also wir sehen, das waren auch elf Jahre. Jetzt sind wir ja gerade mal acht Jahre von 2013 entfernt. Wir sehen, wie die Dinge so laufen. Es ist eine Einbahnstraße, wie es scheint. Und was soll schon passieren? Nichts wird passieren. Dementsprechend ist man natürlich mit bullischen Investments auf der richtigen Seite. Jetzt hier mal ein Vergleich des S&P 500 mit dem Nikkei in den 1980er Jahren oder 1980. Der ging auch steil nach oben. Wenn es so laufen würde, um und bei wie damals, dann hätten wir noch ganz andere Hochs vor uns beim S&P 500. Wer weiß, vielleicht kommt es so. Weil der Cheromi sagt, naja, also tapering, das ist jetzt nicht das, was wir machen wollen. Wir werden ewig weiter Geld drucken, auch wenn die Aktienmärkte sich noch verdoppeln. Die Inflation nicht so transitory ist. Es ist ja eh wurscht. Und wir sehen jetzt beim Nasdaq, dass der an eine wichtige Trendlinie kommt. Hier sehen wir das. Das ist eine sehr langfristige Trendlinie. Also mal schauen, ob er da im ersten Anlauf dann auch drüber kommt. Möglich wäre es RSI allerdings schon weit über 70. Also das ist schon ein bisschen überkauft, könnte man meinen. Warum hat Cheromi am Freitag gesagt, ja, mein Schamamoi mit den Anleihekäufen? Ein Punkt könnte sein, dass die Amerikaner sehr viele Staatsanleihenemissionen haben in nächster Zeit. Und irgendwer muss die ja kaufen, gell? Und da gibt es ja jemanden, der das derzeit tut, nämlich Staatsanleihen im Volumen von 80 Millionen Dollar pro Monat zu kaufen. Das ist die Fed. Der Rest entfällt auf sogenannte Mortgage-backed Securities. Hypothekenbesicherte Anleihen, die dann die US-Hausblase noch richtig schön aufblasen. Und jetzt kommen wir allerdings an den Punkt, wo langsam die Schuldenobergrenze erreicht wird. Noch wird das Ganze ja in den USA bedient aus einem Konto des Finanzministeriums bei der Fed, das man als Vorsorge, als Notfallmaßnahmen angelegt hat in Sachen Corona-Krise. Dann musste man gar nicht so viele Mittel abrufen. Davon zehrt man jetzt noch. Deswegen könnte diese Schuldenobergrenze September, Oktober wahrscheinlich erreicht werden. Und jetzt haben Justament 100 Republikaner im Abgeordnetenhaus gesagt, also hier mit der Anhebung des Dead Ceiling, also der Schuldenobergrenze, das machen wir nicht. Jetzt will er der Joe Biden mit seinem Infrastrukturprogramm A Papillonchen noch erhöhen. Aber die Republikaner scheinen nicht mitzuspielen. Es läuft also auf eine Konfrontation heraus zwischen den US-Demokraten und den US-Republikanern. Biden hat es eh schwer jetzt mit diesem Fiasko in Afghanistan. Das war nicht hilfreich, auch für seine Popularitätswerte hat den Demokraten sicherlich geschadet. Geschadet. Alle gucken jetzt auf den Arbeitsmarktbericht am Freitag. Am Mittwoch haben wir schon den ADP-Arbeitsmarktbericht, der allerdings meistens nicht so genau gepasst hatte zu den dann großen Non-Farm-Payrolls-Arbeitsmarkt-Daten-Erwartungen. So um und bei 735.000 im Durchschnitt. Das ist weniger als zuletzt. Mal schauen, wie die Zahl reinkommt. Paul hat ja immer wieder argumentiert, ja, Arbeitsmarkt ist noch nicht ganz so weit. Inflation ist schon so weit bei unserem Ziel von 2%. Da schauen wir nur ein paar hundert Prozent rüber. Arbeitsmarkte, da könnten noch die einen oder anderen, die eh nichts mehr arbeiten, vielleicht noch irgendwie Arbeit suchen wollen. Dementsprechend können wir nichts ändern. Jetzt am Tapering machen wir erst einmal weiter. Aber wenn die Zahl natürlich gut sein wird am Freitag, dann wird das Argument von Jerome Paul schwächer, zumal viele FED-Mitglieder ja gesagt hatten, also wir sollten jetzt sehr, sehr zeitnah damit anfangen. Paul will das nicht. Vielleicht, weil er, naja, weiß, er muss ein paar Schulden kaufen, der Amerikaner. Und wenn die FED das nicht tute, würde das vielleicht ein bisschen schwierig werden. Wir sehen also neue Allzeithochs. Auf der anderen Seite sinken jetzt die Gewinnerwartungen für die US-Unternehmen. Wir haben wahrscheinlich Peak Earnings Growth inzwischen gesehen. Besser wird es nicht. Es ist so viel Geld reingespült worden durch Stimulus, Shakes, durch Notenbank. Viel mehr kann nicht sein. Dementsprechend haben viele konsumiert ohne Ende, haben damit Geld in die Kassen der Unternehmen gespült. Das Ganze scheint sich jetzt aber umzudrehen, wie ein Earnings Per Share Model der Bank of America zeigt. Das wird also schwieriger. Und es ist derzeit so, dass wir historisch gesehen eine extrem niedrige Earnings Yield haben, also Gewinnrendite. Die liegt derzeit bei 2,8 Prozent mit der tiefste Stand der Geschichte. Jetzt ist dieser Chart, der könnte ja bärisch wirken, weil man zeigt, dass dann in den nächsten drei Jahren durchschnittlich die Performance bei minus 53 Prozent lag an den Aktienmärkten der Wall Street. Gut, also es ist so, dass Bewertung scheinbar halt auch keine Rolle mehr spielt. Solange alles in Liquidität ersäuft wird, ist eh alles egal. Da muss man sich an ein ganz anderes Bewertungsniveau gewöhnen. Das sagen viele, das sagt ein Jürgen Elsässer, das sagt ein Herrn Vordran, den manche vielleicht auch kennen. Der sagt ja also Bewertungen, das ist eine Kategorie von gestern angesichts der Situation. Okay, aber was ist jetzt, wenn wirklich mal die Fett tapern würde? Dann würde ja die Fettbilanz nicht kleiner, sondern weiter wachsen, aber sie würde eben weniger schnell wachsen, bis dann möglicherweise das ganze Tapering abgeschlossen ist, also keine Anleihen mehr gekauft werden. Und dann wäre es ein komplett neues Spiel, dass da der Fall wäre. Aber noch sind wir nicht so weit. Und wir sehen, wenn wir jetzt mal nach Deutschland switchen, heute die Inflationsdaten, HVPI, 3,9 Prozent. Das ist der höchste Stand seit vielen, vielen, vielen Jahren. Und Holger Cipic zeigt, dass die Bundesbank endgültig tot ist, weil die EZB alles andere tut, als weiter Geld zu drucken oder sie druckt weiter Geld, alles andere tut, als zu überlegen, wie die Fett möglicherweise die Anleihekäufe zu reduzieren. Damals, als wir eine Inflation von 3,9 Prozent hatten, das war nach der Finanzkrise, da war es so, dass der Leitzinsatz noch bei 6 Prozent stand. Und das ist jetzt ein bisschen vorbei. Das Geld entwertet sich also. Dennoch wird immer weniger über Inflation geschrieben. Das gilt zumindest für amerikanische Medien. Hier sehen wir, da gab es einen richtigen Hochpunkt. Inzwischen ist das eher unterdurchschnittlich. Also man fürchtet nicht mehr so wirklich Inflation. Bisher gibt es keinen Beleg, das nicht mehr fürchten zu müssen. Wir sehen aber auf der anderen Seite, dass die Inflationserwartungen, die praktisch auch gehandelt werden können, nicht wirklich nach oben schießen. Wir sehen, dass die Zinskurve relativ flach bleibt. Also irgendwie scheinen die Märkte nicht anzunehmen, dass die Inflation dauerhaft ist, zu Recht oder nicht zu Recht. Das muss man abwarten. Jedenfalls das Thema Inflation in den USA immerhin nicht mehr so en vogue. Und das kann vielleicht auch daran liegen, dass man, dass die Märkte genauer gesagt damit rechnen, dass eben die Wirtschaft jetzt nachlässt, sich abkühlen. Wir sehen das hier in Deutschland, etwa durch den OECD-GDP-Tracker, der zeigt, dass wir einen kurzen heftigen Aufschwung hatten im Frühling oder im Spätwinter, März, Februar, März um den Dreh. Und seitdem, ja, ebbt das so ein bisschen ab. Also da ist nicht mehr so wahnsinnig viel der Fall. Jetzt muss man sehen, wie die ganze Corona-Geschichte weitergeht. Mit 2G haben wir ja hier in Hamburg. Man kann also mit Impfnachweis in irgendeiner Form unbegrenzt wieder Dienstleistungen anbieten. Das könnte helfen. Andere kommen dann nicht mehr rein in diesem 2G-Modell. Das ist das Problematische an dieser Geschichte und könnte auch konsumdämpfend sein. Wir werden sehen, wie sich das Ganze auswirkt. Und jedenfalls sehen wir eine Auswirkung schon in der neuesten Insa-Umfrage, die allerdings das gestrige Triell, wie das neue deutsche Wort heißt, also dieses, nicht Duell, sondern diese Befragung, diese Runde mit Laschet, mit Baerbock, mit Scholz und Mard. Das war noch davor, diese Umfrage. Und in dieser Umfrage liegt die SPD bei 25 Prozent, die CDU, CSU bei 20 Prozent, die Grünen nur noch bei 16,5 Prozent. Die FDP holt auf, nur noch drei Prozent von den Grünen entfernt. Und so, was die allgemeine Wahrnehmung und auch die Umfragen nach dieser Fernsehsendung, nach diesem Format gestern mit den Kanzlerkandidaten gebracht hat, scheint auch Laschet da nicht unbedingt profitieren zu können. Also das läuft ein bisschen drauf hinaus, dass Scholz und Mard der nächste Kanzler wird. Oh Gott, das ist dann die völlige Abwesenheit von Humor auf der anderen Seite und auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch die völlige Abwesenheit in Sachen Erinnerung, gell. Wir denken einmal an Wirecard, an Warburg und Cum-Ex und solche Geschichten, an die sich der Olaf überhaupt nicht mehr erinnern kann, gell. Ja gut, jeder hat einmal Erinnerungslücken, besonders dann, wenn es unangenehm ist, gell. Dann löscht man die halt von der Festplatte und der Olaf ist da besonders begabt. Also es könnte sein, dass der Scholz und Mard, den ich aus Altona noch kenne, ist mir immer wieder beim Joggen begegnet. Also er ist gejoggt, ich bin einfach nur gegangen, gell. Aber da kam er dann ohne Leibwächter und ist an mir vorbeigejoggt. Und ich habe mir immer gedacht, mein, was schaut der so angestrengt aus, gell. Aber der schaut auch, wenn er nicht läuft, sehr angestrengt aus, weil er immer so verkniffen ist, ne. Aber gut, ne, die Deutschen scheinen ihn zu wollen, das Gruselkabinett um ihn herum, gell. Esken und Konsorten, das kaufst du dann mit ein, aber die sind derzeit ja auch besonders still. Von denen hört man gar nichts. Ein geschickter Schachzug der SPD. Wahlkampfstrategie, das muss man schon sagen. Also, es ist ein ruhiger Montag, es ist ein Umsatzdünner Montag und es ist ein bullischer Montag. Ja, was soll am Montag schon anders passieren, ne. Also, dementsprechend sage ich Servus und Ciao.